So ein Fuchs, dieser Fuchs, lud einmal in der Woche alle jungen Füchse ein, kochte für sie und verriet ihnen seine besten Tricks. Zum Beispiel den hier. So entkommt ein sehr schlauer Fuchs den Hunden des Jägers. Wer alles weiß, kann lange leben, dachte der Fuchs und lebte ein langes Leben voller Abenteuer. Er lebte lange und wurde alt. Untertitelung des ZDF, 2020